Neu in Wettercom 1.8 für iPhone und iPad, das Widget für den schnellen Wetterüberblick. Das Widget zeigt das aktuelle Wetter und die Vorhersage für heute und morgen für alle in der App gespeicherten Orte an. Außerdem gibt es Informationen zum Niederschlag und Wetterwarnungen für den jeweiligen Ort. Infos zum Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang dürfen natürlich auch nicht fehlen. Alle Informationen können berührt werden, um die App für weitere Details zu öffnen. Das Widget kannst du ganz einfach in der Mitteilungszentrale hinzufügen. Öffne die Mitteilungszentrale durch Herunterstreichen vom oberen Bildschirmrand. Auf iOS 10 musst du danach noch von links nach rechts wischen, um auf die erste Seite zu gelangen. Ganz unten findest du nun einen Bearbeiten-Knopf. Drücke diesen, um Widgets mit dem grünen Plus an oder mit dem roten Minus abzuschalten. Nachdem du das Wetter.com-Widget hinzugefügt hast, kannst du es an den drei Balken nach oben oder unten schieben. Lass uns gerne über eine positive App-Store-Bewertung oder eine Mail an unseren Support wissen, wie dir das Widget gefällt. Wir freuen uns auf dein Feedback. K afnen die방 protech, kannst du es an den drei Balken nach oben sehen.